Wer ist das? Das? Das ist die Fürstin. Psst, leise, wir hören mal zu. Ach Gerda, so mach doch, beeil dich. Meine Morgentoilette darf heute nicht zu lange dauern. Ich muss zur Audienz. Witt, witt. Sehr wohl, Hoheit, ich reiche Ihnen das Wasser. Die Kleidung hing eine ganze Woche in der Kammer. Da wird sie nun frisch duften und sauber sein. Mein Gemahl empfängt heute hohe Gäste. Er verhandelt mit ihnen Gebietsverträge. Ach, ich muss noch mit der Köchin sprechen. Sie muss den Herren Proviant für die Jagd einpacken. Aber heute Abend wird schon aufgetafelt. Oh, und das Tafelsilber muss auch noch geputzt werden. Werden die hohen Herren denn überhaupt rechtzeitig von der Jagd zurück sein? Das hoffe ich. Aber bei einer Jagd weiß man nie, was passiert. Auf jeden Fall habe ich für Musik und gutes Essen sorgen lassen. Es kann getanzt werden und wem der Tanz nicht liegt, kann sich beim Kartenspiel vergnügen. Nur noch das Puder auf Gesicht und Perücke. Dann sind sie schön für den Tag. Ihhh, die haben sie ja gar nicht gewaschen. Und die Kleider sollen an der Luft sauber werden. Komische Zeit dieser Barock. Ja, zum Baden hatte die Fürstin einen eigenen Raum mit großer Badewanne. Dort hat sie sich einmal pro Woche gereinigt. Die einfachen Menschen aber sind in öffentliche Badestuben gegangen. Das kostete Geld. Und da kannst du dir vorstellen, dass für manche Baden Luxus war. Apropos Luxus. Komm mit, ich zeige dir etwas.